Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Legend of the Dead for the Wii U mit Jens, Nerd und meiner Wenigkeit Dem guten Christoph und wir sind auf der Isla-Bomber bei der, muss ich jetzt mittlerweile, nachdem ich mir gerade mal einen Überblick verschafft habe, sagen Mega-Handels-Neben-Quest-Mission, whatever und wir schulden unserem Fetty, der hier gerade sich den Berg hochquält noch, was haben wir von ihm gekriegt, die Mond-Sichelflagge Tatsächlich, der läuft da ja wirklich hoch, lol Dauert nur noch drei Jahre Das ist wohl wahr Ne, kein Bock mehr, der dreht ja wieder um Das ist zu krasse Steigung Ja, ja, das ist ja locker 6% oder was So, dem schulden wir aber, oh, erstmal ist da ein Brief für uns Hä? Schauen wir mal wieder Ja, weil der Postbote, hast du den nicht gerade gesehen? Der Postbote ist da nämlich gerade vorbeigeflogen Und hat den Brief da reingehoben Nein, natürlich nicht Hätte aber sein können Ich achte doch nicht immer auf alles im Bild Dafür ist der Bild, der viel zu groß Dafür ist das einfach zu, zu viele Einzelheiten Ja, viel zu detailreich Mich interessieren auch die Grasbüschel Guten Abend Ich habe Post für Sie Hier ist die erste Brief Hat er schon jemals zwei auf einmal gehabt? Ein anderes Vorbild meines Sohnes Ach, das ist doch mein Vater, ne? Oh Willst du das? Mit dessen denn? Ich glaube Komoris Ja Der Stammesführer Äh Ich weiß, ich habe vorhin auszusehen auch den Byte erzählt Obwohl du den, glaube ich, mal damals synchronisiert hattest Echt? Ich war der Azubi? Ich meine schon Keine Ahnung, ich weiß ja wie nicht mehr Also An das Vorbild meines Sohnes Ich danke dir Dass du dich so für meinen Sohn einsetzt Es ist zwar nur eine Kleinigkeit Aber bitte nimm das kleine Geschenk an Welches ich in dem Brief beigelegt habe Es kommt von Herzen Wortwitz Bitte Sei meinem Sohn auch weiterhin ein so gutes Vorbild Herzlichen Grüßen Beizmutter Und da ist irgendwie das nächste Herzteil Ich habe jetzt auch ein bisschen gebraucht, um es zu raffen Aber als ich dann die Signature gelesen habe, dachte ich, jawohl So, also so fliegen uns jetzt hier die Herzteile zu Kannst du mal sehen Braucht dafür keine Pirogen Ach nee Nur nochmal ein bisschen zu haten So Wir wissen noch nicht, ob es vier werden Ach ja Genau So Das ist ja Achso, nee, bitteschön Das ist ja eine Mondsichelfahne Ich weiß schon, wer mit dem ich ihn gesprochen habe Wahnsinn, das habe ich dir ja erst vor einer Viertelstunde gegeben Dafür gebe ich dir ja eine Wassergruppträgerin Statuette Warum nenne ich einfach Statue? Nein, das ist eine Statuette Okay Wir können ja nachher offscreen mal die Unterschiede nachschauen In unserer Rüge Nee, danke, jetzt tauscht er Okay, okay Außerdem, Grün, eine kleine Beamtungsgebühr von 300 Rubin Nein, dieses Mal sind es noch 65 Achso Das ist ja nicht so viel Und Schnapper So, jetzt sag mal, das kostet nichts, die Scheiße Alter, das ist ja Und wir haben ja noch ein paar Statuen vor uns Boah Jaja, bla 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 La 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 Wasserträgerin, Statuette Sehr schön So, die behalten wir jetzt einfach Ja Ja Wunderbar Und Tschüss Mach's gut, Versager Jaha Jaha So, Schiffi, los So, ab nach Portemonnaie Nee Mutter, Kind Willst du das jetzt echt fertig machen? Ach so Nee, dann nicht Ja, ich dachte, also ich dachte, du wolltest nochmal eh offscreen und so Nein, nicht offscreen, aber nochmal alleine weitermachen, deshalb Machen wir es mal alleine weiter Machen wir es mal alleine weiter Also, ohne Scheiß, liebe Leute Das ist doch eine Aktion, das schaffst du Das ist auch nicht zu schwer für dich jetzt Das traue ich dir schon zu Okay Man muss ja klein anfangen Also, bereitet euch drauf vor Äh, des Nachts Wieder, äh, mindestens Zwei, drei Folgen Keine Ahnung, so wie es hier aussieht Ja, nein Ich beeile mich Wieder mit mir alleine Also, sonst, äh Ja, weiß ich nicht Ist mir egal Also, wir können es auch jetzt machen Ich ging jetzt davon aus, dass wir es jetzt erstmal nur so weit spielen, dass wir Und so Ja, komm, wir gucken Wir machen mal eine Folge und gucken erstmal, wie weit wir kommen, oder? Also, hier ziehen wir jetzt schon eiskalt durch Ja, okay Also, Mutter-Kind-Dinsel, sagst du Ja Wo ist die? Äh, weiß ich Die ist sie Ne? Ihr wollt mich doch Ihr wollt mich doch gar nicht fehlen sehen Wobei, das Problem ist Ist schon drauf Ja Die Frage ist nur, ob das sinnvoll ist, sich direkt dahin zu porten Egal, müssen wir ausprobieren, kann ich jetzt nicht sagen Achso, ob der dann da ist? Ja, das ist doch diese, wo die Mutter-P war Und da landest du ja, wenn du dich hin portest, obendrauf Und kommst dann da nicht runter Ach ja Und ich befürchte, dass der jetzt nicht hier stehen wird Beziehungsweise, das kann natürlich sein Vielleicht steht er auch hier, kann ja auch sein, aber Äh Das sieht jetzt nicht ganz so aus Hätte natürlich auch sein können Ich meine, andererseits sind hier natürlich genug Kommt man da irgendwie weg, ne? Nein Also ich hab hier zumindest noch nie eine Möglichkeit gefunden Tja, schade, da müssen wir woanders hin Kein Problem Habt ihr schon mal was vorbereitet? Geht man einfach on Aber wir gehen nicht an Land Ich wollt grad sagen, wir müssen da ja nicht mit ihm sprechen Äh, ist nicht an Das schaffen meine Stimmenbänder heute nicht Das schaffen meine Nerven vor allem heute nicht Ach ja, so Der ist noch nicht ganz außen vor Das ist richtig Ja, aber beim Jay auch Deswegen Bei uns beim Stecken, ja Ah, der Vacuum Cleaner Simulator Kann ich euch nur empfehlen Das beste Let's Play aller Zeiten Also ich hab den vorhin mit einem Kollegen schon mal per FaceTime auch ausprobiert Per FaceTime? Ja, aber er hat sich das gleiche Teil bestellt und ihn interessierte das halt auch Und dann kann man das mal direkt ausprobiert Das Ding ist schon lustig, ja So muss ich ja sagen Ich war schon schwer begeistert So Das sind aller Voraussicht nach 2 und Robine Aber hey, mal trotzdem mal Wir brauchen das Geld ja, ne? Bitte? Wir brauchen das Geld ja wahrscheinlich Ja, auf jeden Fall Weiß man ja nicht Wir waren jung und brauchten das Geld Genau Ja, 2 und Robine müssen es ja sein Sonst hätte ich das natürlich gestern mal irgendwann Der ist verständlich Ich hab da nichts übersehen Ach, Quatsch, du doch nicht So Wer ist er, der Fetti? Ne, ich hab nämlich auch schon ernsthaft überlegt Ob man sonst mal über den Roomba Also ich hab ja einen Roomba Also nur so ein iRobot Roomba 585 Den gab's nämlich bei Amazon Beim Cyber Monday Bei der Cyber Monday Woche Und nicht ganz günstiger Spaß Aber schon lustig Ich hab überlegt Ob wir da nicht vielleicht auch mal ein Video zu machen können Und dann auf den Channel stellen Weil grundsätzlich ist das Teil schon geil Und das kann schon echt viel Aber Kannst du dann ein Review zu machen Hast du ihn schon angeboxt? Ja, selbstverständlich Ich hab das Ding schon heute schon fahren lassen 16 Stunden initiale Aufladezeit, Junge Ja, siehst du Da musst du sofort Erstmal ein fettes Unboxing Nerdy Tech Review machen Ja, das kannst du ja nochmal einpacken Gegen die Glasvitrine drin Gut, liebe Leute Machen wir uns nichts vor Es wäre nicht das erste Mal Dass ich hier ein Produkt wieder einpacke Sonst mach ich ja wohl kaum Produkte von Kopfhörern Die schon zwei Jahre alt sind Ja, vor allem Wie willst du etwas Reviewen Beziehungsweise erzählen Und bla 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 Oder wenn du nicht vorher Das vielleicht schon mal ausprobiert Und ausgefuckt hast Zumal besagter Rumba Muss ja auch erst mal 16 Stunden aufladen Das kann ich dann schlecht unboxen Und direkt losfahren lassen Ich fliegende Händler Weißt du Hier Welt umreist Immer auf Suche nach Rache Und einzigartige Wache Weißt du Ich von ausgehend Dass Insel fantastische Reichtümer finden Und so Und kam aus fern Mit meinem Floss hierher Steht hier draußen um Ecke In Garage Aber klippen einfach zu hoch Ich wüsste bei bester Wille nicht Wie soll auf andere Inseln gelangen Deswegen Das hört sich eher Nach einem fliegenden Teppich an Apropos Reichtümer Ich in Posttasche da bei dir Vermute Dass du hast Gleiche Schatz Weißt du Wenn du fast passende dabei Dann kannst du gucken Dass ich an meine Standkern verkaufen Und warum machen wir nicht Stauschgeschäft Ich nämlich vor einige Tage Habe ich vor gehabt Hier Laden aufzumachen Und sozusagen gerade In Akquisitionsphase Falls du verstehst Weißt du Akquisitionsphase Wahnsinn Ja warum sagst du nicht einfach mal her Und dann können wir weitersehen Weißt du Ja dann Bitte Bitte Oh Ja Eine Wasserkrugträgerin Statuette Ja gebe ich dir Pass auf Machst du hier Schlussverkaufsfahne Ne Hier WSV SSV Voll geil So was sagst du Ja lass mal tauschen oder Ja krasse Aktion Ja guck mal Schlussverkaufsfahne Das muss doch günstig werden Ne Ja Tatsächlich 35 Ruminus Ein Schnapper Klar Ja Besten Dank Ne So Schlussverkaufsfahne erhalten Diese Fahne soll Handelsglück Und ein Segen Eine segenreiche Wirtschaftslage bringen Schussverkaufsfahne Die Japaner ja Gebrauchen Damals Wobei Zu der Zeit War es ja schon wieder halt Absolut Absolut Genau So ja bla 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 Standardsatz hier Weißt du Für Hintergrund wissen Das verlorene Jahrzehnt Im Kontext mit Japan Könnt ihr ja mal suchen Dann So Deflation Damals Ganz Also du redest jetzt noch Von der Gamecube-Version Sonst wärs ja Was Ne Grundsätzlich Ne Das ist auch noch länger her Ich wollte schon sagen Das ist auch noch länger her Als die Gamecube-Version Ne Ich glaub das Doch 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 Echt? Ja Es ist ja jetzt Die 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 So Ne Also das war Ne Ich meinte jetzt Was du jetzt gemacht hast Achso Achso Ich glaub das bringt Diesen Echt Klar Die Petri Einfahne Petri Okay Ja Ja Dann mal tauschen Petri Heil und Glück auf Ja Dann Ja Dann diesmal 80 Rubine Nein 85 Ah Knapp ey So Geschätzt Oh Besten Dank Willst du mal mitzählen Wie viel Geld Wir jetzt inzwischen Schon mal ausgegeben haben Ne Ich komm schon Nicht mehr mit Diese Fahne Wird von den Von Fischern eines Fernen Landes Benutzt Und soll für einen Guten Fang sorgen Petri Heil Heil Naja Wie auch noch Marco Hallo Boah Richtig schlecht Immer wieder eine volle So Und nun Ja Jetzt hast du mich Ein bisschen durcheinander gebracht Weil Ja tut mir leid Ich tust Ich tust Du Jane So Aber dann kannst du mir das Zeug mal direkt wieder reinziehen Aber fahren lohnt sich Und sich jetzt hier glaube ich dann schon fast ne Ja komm Da fahren wir dann 50 grüne Schleimzangen 38 rote 12 blaue Ja bei den blauen brauchen wir die Genau So Und Natürlich Niemals vergessen Unseren geilen Gutschein Den müssen wir immer nochmal einlösen Wer weiß was es dann gibt Ja nix Dann haben wir schon geklärt Ich weiß Ich wollte Da muss man Da ist doch nicht immer alles verraten Da muss man so trocken drüber hinweg gehen Wie Also Das ist ungefähr so trocken So schockierend wie die Nachricht war Hier gibt es drei solcher Mopeds Das sollen wir nicht mal killen Ja guck mal machen Oder Drei ist immer gut Gucken wir mal Die Dreier ist immer gut Das sowieso Das ist gut Ich kann jetzt nur sagen Kommt die Kombinationen an Aber das ist natürlich auch Geschmack Sein Teufl Der Teufelsdreier Ja den Teufelsdreier Ja den Teufelsdreier gibt es ja auch Boah das war die Der geilste Sturm aller Zeiten oder Der Teufelsdreier Also Für alle Ich guck's mal legen Sagen wir über 18jährigen Die das nicht kennen Die haben etwas in ihrer Kindheit verpasst Das hat ja nicht nur mit über 18jährigen zu tun Grundsätzlich jemand der das nicht kennt Aber das sagt Achso Ja klar Ich weiß ja nicht von dem Wie lange liegt er denn Die Kickers Die Staffel gab es beim Cyber Monday Ich sag halt dir Echt? Beim Cyber Monday Ja Cooler Aktion Jawoll Hat sich das wirklich gelohnt? Jetzt geht der noch mal Aber wie kommt man denn da oben hin? Ohne Leiter Ja Ihr meintes Wofür die Dinge da rum? Cruised Ach tatsächlich Ja da Oh Jetzt wird spannend Jetzt kann es schon wieder schwierig werden So funktionieren die nämlich beide Hahaha Das ist immer so In der Mitte In der Mitte ist scheiße Du Was dir jetzt noch passieren könnte? Du Hecht Nur das Problem ist Das ist tief als Der ist echt tiefer Das ist ja doof Da kommen wir so Erstmal den Wind richtig drehen Elegant wie eine Gazelle Dann lieber ertrinken So Ich meine es war auch die absolute Zumutung Mir da gestern geschätzte 35 Minuten zuzugucken Die ich für diesen einen Raum gebraucht habe Das wird knapp ausreicht zu müssen Das wird eher die hohe Wahrscheinlichkeit Dass du gleich mit dem neuen König die auf jeden Fall auch mal weg machen musst Das gehe ich mir so von aus Das ist so Die zielen aber auch echt gut So damit haben wir die auf jeden fall schon mal glatt Das ist schon mal gut 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 Wie du schon richtig erkannt hast Die äh Die äh Die äh Die Bomben schießt Da kippt auch gleich ein Wetter Bitte? Da kippt auch gleich ein Wetter Wenn du die Welt vor dem Bösen rettest Kippt sofort an Wetter Ja ist äh Da ist da Ein bekannt Tragödie Soセ Dann komm mal her Bring it on That wars Jawoll ja Hard 3 WuchsOr spannend Spannnd Spannend mindestens drei wenn ich eher wahrscheinlich viel aber weißt du unser geiles Holzboot die machte natürlich überhaupt nichts aus verdammte Axt äh das soll jetzt nicht dein Ernst oder? aber dann machen wir die anderen trotzdem erst weg ja das ist bitter gelaufen wenn ich das gewusst hätte ja dann jeweils noch mal 20 Rubine wahrscheinlich ich kann mich nur wiederholen ihr habt gesehen wie man es richtig macht ne und du wirst deinen spaß haben bei den letzten drei folgen selbstkritik ist die beste ich meine schon nicht weil jetzt einfach mal vier schuss und vier treffer waren achso ja ja gut ja gut das ist sicherlich du drehst mal den Wind so ist es so ja dafür brauchst du ja nicht drehen aber doch ja auch weil ich mit dem Schiff gefahren bin ist der jetzt hier so da steht er genau richtig ich dachte nämlich auch der wäre jetzt in die andere Richtung aber da passt er noch soon Rani Maw sehr schön ciao Rani Maw voll gefehlt dabei reicht nicht wenn du reinschwimmst Såk richte nicht ganz hoch wenn du da einfach rein schwimmst wenn der wieder kommt ne ich glaube nicht weil link ist ja zu pannel sein Segel dann da auch zu spannen Ich habe übrigens gestern mal die Sachen mit dem Dings ausprobiert, indem einfach immer wieder drücken, das geht wirklich. Ja, tatsächlich. Also das kannst du auch gleich gerne mal selber ausprobieren. Ja, dann probiere ich das doch selber aus. Los, Wind! Der macht dann nämlich so Schwing und dann so Schwing, wie beim Handtücher ausschlagen, so ein bisschen. Ja, ist doch unrealistisch, dass da ein Dame mit Höhe gewinnt. Oder zumindest Höhe besser halten kann, das ist ja totaler Quatsch. So, jetzt Geranimo! Wusch! Ja. Schön und so. Nicht, dass wir dann da gleich wieder runterrutschen, weil ich so nicht auf diesem Dach lande, dass nichts dann nicht aushält. So. So. Immerhin schon mal Huni. Auch wenn es irgendwie vollkommen unnütz ist, aber 100 Urbine. Ich... Wer wolle es? Ich hoffe, weil der anderen sind jetzt nicht auch 100 Urbine. Das wäre jetzt schon echt bitter. Ich gehe davon aus, um ehrlich zu sein. Was soll da sonst drin sein? Keine Ahnung. Eine Herzzahl? Zack. Wirklich? Oh, warte mal. Was? Wir haben nicht mehr so viel grüne Energie. Oh. Ja. Da habe ich dann gedacht, mache ich mich mal lieber nass, als äh... Also lieber jetzt schon mal nass machen, als später. Da hast du dich direkt nass gemacht. In der Sinn. Naja, irgendwo soll es ja schon zumindest entweder gerade Schatzkarten oder sogar ein Herzteil geben, aber... Ja, das kommt aus, dass man auch irgendwo... Bestimmt auch irgendwo da einen Herzteil finden kann, mit einem dieser Dreier. Uuuuh. Seriously. Eine Goldfeder. Wobei, die ist doch... Oh, die ist ja auch noch mit dem Herzteil verbunden. Immerhin. Ja, super. Gucken, wie viel haben wir davon? 17, scheiße, wir waren 20. Was, wer noch mit dem Herzteil verbunden ist? So, ich glaube, das sagten wir, ne? Ja. So. Da müssen wir, glaube ich, auch noch weiter hin. Auf geht's! Und ich sag... Hey! Ab in den Süden. Und jetzt alle! Ich kann euch gar nicht hören. Tschöken. So. Da müssen wir dann wieder mit dem Kollegen quatschen, ne? Genau. Was auch ganz cool ist, ist, ich habe gestern eine Komplettlösung gefunden, in der alle Karten, alle 41 beschrieben sind und wir haben... 41? 41. Und wir haben die Schatzkarte Nummer 42. Es gibt angeblich, also... Ich glaube, 49 gibt es wirklich nicht. Ja, gut. Das muss ja auch nicht sein. Also grundsätzlich hätte ich zwar gedacht, aber... Aber ich fand's halt so cool, dass er so sagt, so, und hier sind alle Karten. Bis Nummer 41 durchnummeriert. Und, ja. Ja. Und wir haben die schon offen. Und das müsste nämlich irgendwo... Ich weiß nicht, wo es ist, aber... Ich glaube, es ist Draconia. Warte, jetzt noch... Äh... Äh... Petriail! Jetzt ist mir echt nichts mehr eingefallen. Ja, super. Ja, hast mich ja gut gelotst hier. Ja. Ja. Nein, danke. Ja, wenn wir das nicht mal bereuen werden. Ja, nee. Wäre ja ein Quatsch, gegen was zu tauschen, was wir schon haben, du Vogel. Der Witz ist jetzt... Ähm... Oder das Problem ist jetzt, dass die zweite Fahne, die du dir geholt hast, da nicht drinsteht. Ja, das ist... Das heißt, eventuell wollte er wirklich die erste Fahne haben. Ja, dann... Dann regeln wir das jetzt. Dann regeln wir das jetzt mal. Das regeln wir jetzt mal. Komm. Dafür haben wir doch unser Master-Schwert. Dann regeln wir das einfach jetzt mal hier. Der Waffen ist ja Raubwaffe. Warum auch nicht? Müssen wir jetzt nicht noch 100 Mal tauschen? Link goes... Ach nee. Wie war das denn noch mal? War doch voll richtig. Mann, ich... Klasse. Ja, ihr merkt schon. Wir gehen perfekt. Meine Eingebung so schlecht ist, da... Seriously, roter Leuenkönig. Was? Ich wollte eine Rolle vorwärts machen und spreche auszusehen erstmal den roten Leuenkönig dabei an. Warum auch nicht? So. Ja, guck mal. Aber das sieht doch schon mal hier ganz... Hat ein bisschen angebaut. Aber auch nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. So. Quatschen wir mal. Ja. Ah, Entschuldigung. Nein. Ah, scheiße. Halt. Oh Gott. Dir ganz alleine bedanke ich meinen prächtigen Stand. Ich will mich wirklich erkennbar zeigen. Eigentlich ist es ja mein großer Schatz und kommt gleich nach dem kaputten Mantel. Ja. Aber mein barm Dankesgeschenk an dich will ich so zu nahe nicht klumpen lassen. Lalalala. Du hast die magische Barriere geprüft. Ja. Ich rufe dieser dann noch operierende Axel und eine Barriere die dich beeinflusst in deiner Keckner schützt. Du zahlst erst, wenn du Schaden erweitest. Benutze sie und dann gibt sie mit ihm. Ja. Als ich von meiner Heimat hier herkam, da ist das einzige Besetztum, das mir mal. War es das nicht auch schon bei dem Sieben-Meilen-Säger? Ja. War das nicht auch bei seinem Kapuzen? Ja. Wie ist der denn hingekommen? Blank? Hat sich dann so überlegt. Vor allem, wo er das Ding dann wohl versteckt hat. Das willst du gar nicht wissen. Schön warm gehalten. Das ist dann ein absolutes Unikat, das es vermag, dich dank einer geheimnisvollen Kraft vor Gefahren zu schützen. Selbstverständlich auch ersehend. Schütze doch also damit und finde wieder fliegende Händler für mich, auf das mein Warensortiment noch viel praktischer werde. Ja. Allerdings habe ich dann leider nichts mehr, dass ich dir geben konnte. So. Hat das auch noch ein schöner Park ein herzliches Wetterchen und genau das Recht gehabt zum Einkaufen. So, was haben wir jetzt dabei? Wir haben die Petri Heilfahne dabei, ne? Genau. Und die Schlussverkaufsfahne. Wir sollen die Schlussverkaufsfahne Ja, dann nehmen wir die doch mit. Nehmen. Weil das jetzt gekostet hat. 35 Uubile. Das ist Schnapper. So, und damit sollen wir dann nämlich nach Ichtusk fahren und sie gegen die Helden fahren und die Postbotenstadt heute tauschen. War aber ein Versuch wert. Hab mal gedacht, so mitten in der Stadt, warum nicht, mal ein bisschen für Chaos sorgen. So, also da wir ja das eigentlich richtig krass wichtige Item jetzt schon haben, geht es uns ja jetzt, jetzt geht es nur noch um das Herzteil. Ja, jetzt geht es nur um das Herzteil. Du wolltest das ja so. Ja, ist ja gut. Du hast mich dazu getrieben. Kannst ja gerne aufhören. Ich wollte es nicht, aber... Also in der nächsten Folge verziehen wir uns dann auch nach Heimu. Egal, wie lange wir jetzt hier überziehen müssen. Das schreibt keiner. Und werfen wir zwei Stunden hier auf mich. So. Wir müssen übrigens noch ein paar Mal nach Ichtusk zurück. Das ist schön. Ich freue mich, weil die Insel ja auch so toll ist. Das ist echt der Hammer, diese Quest, ey. So, da ich jetzt wirklich schon wieder vergessen habe, wie ich den Typen synchronisiert habe, darfst du gleich einfach den Text weiter drücken. Das ist lieb von dir. Ja, ne? Ich weiß, ich denke auch nur noch zu schauen. Du hast es denn jetzt hier versteckt, der Sack? Der kommt es gar nicht wieder, nicht schon zu vollends. Wenn wir es noch mal irgendwann mitbringen, wenn wir es schon längst haben, ne? Dann pisse ich mich an eine andere Insel. So. Ei, 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 ei. So, aber ich mach mal hier die Platz in der Hoffnung, dass wir hier mal schade, wo wir den Ende gekommen sind. Ach, schade. Ja, 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 nein. Ach, verdammt mich. Ja, ja, es ist eine Petri-Heilfahne und ich habe die falsche gezogen. Nein, danke. Und schüss, bitte einmal die richtige. Danke. Das ist ja eine, ja, eine Schlussverkaufsfahne. Ganz richtig. Die Heldenfahne. Jawohl. Aber sie geht das. Bearbeitungsgebühr von 75 Wien. Kein Thema. Easy. So, womit, wohin müssen wir damit jetzt? Äh, la, 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 la. Und die Postbohlen-Statuette. Also, wieder tauschen. Ja. Okay, ja, ja, bla, 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 bla. Keine Angst. Bla, bla, bla. Ja, ja, ja. Das ist ja eine... Woher kenne ich diese? Ich habe diese Pfanne noch nie gesehen. Das ist was Seltenes. Also, ehrlich, wo ist der Sinn? Yeah. Die sieht ziemlich lustig aus. Sieht aus wie so ein Martab-Fahrer, oder? Ja, danke schön. Genau, daran musste ich auch denken. Bindet sich an den Martab-Fahrer. Lass uns tauschen. Bearbeitungsgebühr von? Schlappen 100 Rubin. Das ist aber so eine Tingel-Größe, ne? Der Martab-Fahrer. Gut, reicht. Soll ich dir mal meinen Martab-Fahrer fragen? Den Tingel möchte ich auch irgendwann einfach mal mit unserem Enter-Haken so an sein eigenes Haus da binden und dann einfach mal einen Feuerpfeil aus guter, sicherer Entfernung. So, zack. Da brauchst du ihn doch gar nicht für festwinden. Du zündest einfach den scheiß Martab-Fahrer und dann... Dann springt er dann ja runter. Ja, hoffentlich. Dann bricht er sich hoffentlich bei den Beinen und verreckt dann ehlendig im Meer. Weil schwimmen ist nicht. Bei Flut. So. Die in den tapferen Postboten der Orni, wahren Helden der Arbeit gewidmet ist. Sehr gut. So. Mutter-Kind-Insel und dort gegen die Handels-Genie-Statuette tauschen. Ja, aber wir sind voll das Handels-Genie hier. Ja, nicht? So, können wir jetzt hier endlich weitermachen? Danke. So, du auf Richtung Mutter-Kind-Insel. Ja, Mutter-Kind-Insel. Ich guck mal, wie viele Minuten wir schon drüber sind. Willst du was trinken? Jausen. Muss man ja auch mal klären. Da bin ich voll dabei. Ist doch richtig hier in Norden, ne? Ähm. Rot war doch Norden, oder? Jawoll. Rot war doch Norden, ne? Nee, Rot war Plus. Aha. Guck mal, guck mal aufs Line-Punkt. Ist nur die Frage, ob wir jetzt gerade von... Oh, guck mal, da sind ja drei Wachtürme. Sollen wir die... Ich wette, die schießen jetzt eh wieder auf uns. Ja, der Jens ist jetzt gerade mal kurz raus, um was zu trinken zu sorgen oder so. Ja, aber ich habe gedacht, jetzt haben wir gerade mal 100 Rubine für hier die komische Popwalken-Stadt hätte ausgegeben. Wobei, hey, ich habe mir gestern die Zeit genommen, es war so geil. Ich habe mehrfach beim Schatzkarten sammeln, wer sich erinnert, gesagt, dass es ja eine Karte gibt für den Schatz direkt bei Portemonnaie. Der einzige, für den man eine Schatzkarte holt, der nur 50 Rubine gibt. Und wer hebt natürlich voller Vorfreude den Schatz? Sehr gut. Was ist denn jetzt passiert? Achso, falsche Tasse. Man muss vielleicht dazu sagen, es waren 50 Rubine. Erstanden habe ich die ganze Schatzkarte bei einer Auktion für 252 Rubine. Und da zitiere ich wieder meinen Lieblingsspruch aus Scrubs. Hat sich das wirklich... Ja. Das war ja auch eine zeitliche Frage, so den darfst du jetzt mal. Mir fällt kein Slang mehr ein. Ich möchte übrigens auch hier an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, auf diese Symbole an dieser Seite, die sind auch total unerfällig. Auch. Gut. Gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Klar, zu dem Rubine ist super. Mal, ich will doch nur grüne Energie. Ist das denn so schwer? Da bringen mir auch die Loben... Ja, geht super. Nicht zu viel, bitte. Na, super. So. Böder schön, Kollege, hier. Kollege Schnüttens. Hm, das ist ja eine Postboten-Statuette. Oh, oh, oh. Dafür gebe ich dir eine Handelsgenie-Statuette. Vor allem geil, dieser Typ. Ist das nichts, was du... Was sagst du? Ja, das ist auch schon. Für 2000 Rubine. 200. Ja, fast. Meine Güte, ey. Muss ich dir schon... Ja, ja, klar. Aber sicher das. So, ähm... Krasse Scheiße. Ist aber auch schön, dass unser Österreicher da erstmal... Verkauft er auch mit sich selbst drauf. Voll selbstverliebt so. Nein, nein. Vor allem haben die den noch nie gesehen. Die wissen nicht, wie der aussieht. Aber nein, wir haben schon mal... So, und nun? Jetzt geht's nach Ich-Tusk. Ach, bin ich überraschend. Und da bekommt ihr für diese besondere Statuette ein Herzteil. Was? Tatsächlich? Es gibt zwei Herzteile für diese Quest. Krass, okay. Und? Ja, gut, aber ganz ehrlich. Ich meine, wir geben ja auch ordentlich Kohle und Zeit dafür. Ja, eben. Aber ich denke mal, weil jetzt hier echt... Danach wird's ziemlich vage. Ja. Dann machen wir, glaube ich, einen Cut und widmen uns wichtigeren Dingen. Und vielleicht, wenn ich dann... Ja, wir gucken dann nochmal, ob wir vielleicht eine etwas konkretere Lösung finden. Ja. Und währenddessen... Achso, wir haben ja schon alle. Was? Alle Triforsteile. Stimmt, die stinken wir die ganze Zeit. Oder mal richtig? Haben wir das eigentlich da vorne schon gemacht? Wolltest du? Äh, ja, ja, ja. Ja, ja? Ja, ja. Ja, ja oder ja? Ja. Gut. Warte, ich vertraue dir ja jetzt an. Ja. Warte mal, die Starlight Mythica, nimmst du? Starlight Mythica. Gut sagen. Ja. Du hast die Karte, da. Ne, drüber. Ja, war gut brauchbar. Starlight Mythica, ja. Meine ich, hätten wir schon gemacht. Gut. Weißt du nicht, was da war, aber wir haben schon gemacht. Ja, wenn ich wüsste, was auf jeder einzelnen verdammten Insel hier war, dann... Können wir auch direkt einen Speedrun machen. Ne, immer noch nicht. Ne, das stimmt nicht. Da hast du da verdammt recht. Wobei ich schon überlegt hab, ähm, ob ich mir vielleicht einfach mal die Zeit nehme, statt noch irgendwelche Herzzeit zu sammeln. Ähm, ich mein, das müssen wir ja auch machen, bevor wir Gärten und besiegen. Ob wir irgendwie so einen Glitchrun machen, also ob ich mal so einen Glitchrun mach. Einfach mal gucken, welche davon wirklich in der Wii U-Version noch möglich sind. Ja, ja, das kannst du natürlich mal Spaß selber machen, aber ich befürchte, dass... Aber ich würde sagen, es wird, glaube ich, nicht viel überbleiben, ne? Aber... Uh, das ist ja... Äh, äh, äh... Eine Handgenie-Statuehütte. Wow. Und diese... Diese Anmut? Ja. Echt? Ja, was denn sonst? Der Anmut oder das Anmut? Ich hätte jetzt dieser gesagt, wirklich. Das dachte ich so. Diese Erhabenheit. Nach diesem Händler also wurde die Statue heute modelliert. Damit ist er wahrlich eine lebende Legende. Mensch, geil. Auch wenn ihn noch niemand gesehen hat, aber vielleicht ist das mehr ein Mysterium als eine... Ja. ...vom Text aber, ja. Wundervoll. Ein langjähriger Traum hat sich endlich erfüllt. Hä? Weißt du, wir haben eine halbe Stunde mehr investiert. Ein langjähriger... Ja. Zum Dank dafür, dass du mir diesen Traum erfüllt hast, will ich dir einen Teil meines Herzens schenken. Oh Gott. Wind Waker FSK 18. Und dann Nerd. Jetzt, wo du schon Zeit hast, ich bräuchte noch einen zweiten. Klack. Ganz schön. Ja, genau. Jetzt hier noch einen zweiten. Ah, was für ein... Wundervoller und denkwürdiger Tag. Ich will mir die Statue heute Nacht unter das Kopfkissen legen und von meiner Meinung... Meine Güte. Ich will jetzt nicht nur unter das Kopfkissen machen, ich auch sonst irgendwelche Sachen. Auch wenn ich mich frage, wie man da gut schlafen kann. Ich meine, ich stelle dir vor, es wäre ein weiblicher Händler. Wer weiß, ob was für Ideen die kommen. Ich wäre mir auch nicht sicher, nur weil das ein weiblicher Händler ist, der ging ja jetzt gerade schon gut ab. Ich bewahre die Statue da auf, wo es warm ist. Leute, damit verabschieden wir uns erstmal. So, wir klären jetzt hier erstmal intern, ob wir jetzt erstmal das Triforce oder... Also jetzt das Triforce vor allem. Die Hauptquest-Seite machen und wir jetzt doch noch das letzte Herzteil hier von der Quest besorgen, weil andererseits brauchen wir jetzt nur noch eins um 16. Hätten wir 16, dann wären wir auch ja voll. Ich meine, voll sind wir eh, aber... Dann werdet ihr in der nächsten Folge sehen, wie wir uns entschieden haben. So, wünschen wir euch erstmal eine gute Zeit. Danke fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder rein, wir sehen uns. Tschüss, tschau, 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 tschau.